Bald haben wir einen Workshop online über Kundalini. Viele sind fasziniert oder gehört über Kundalini, aber weiß ganz genau nicht, was bedeutet das. Und ist es wichtig für mich oder nicht wichtig für mich? Und was hilft Kundalini und was blockiert mich? Und das ist eine uralte Energie. Und diese Energie ist zuständig mit unserem Planet, zuständig mit unserem Universum selber. Und ich bin ein Teil davon. Und wie ist meine Tradition? Was sagt Kundalini über meine eigene Tradition? Ich komme nicht von Asien, ich komme von Europa. Hat Europa mit Kundalini zu tun oder ist es nur eine indische Form? Das ist ein Geheimnis. In uralter Traditionen, Kundalini existiert überall. Aber die richtige Wahrnehmung ist unterschiedlich. Und ich beibringe euch Step by Step die wichtigen Hintergründe von Kundalini und wie muss ich umgehen? Und was ist mit meiner eigenen Tradition mit Kundalini zu tun? So, bis bald. Freu mich. See you soon. Namaste.